hallo ist der martin von money monkeys dass die dax analyse für nun mittwoch den 13 4 2022 so und unser dax hat gehilfe bekommen wir sind deutlich deutlich schlechter reingestartet in den handel wir haben gestern ein bisschen darüber gesprochen wie er sich da das klinge halten hat und schon eigentlich hier so halb aus der flanke hing mit gebrochener flacke und so weiter und so fort hatten auch gesagt er muss eigentlich direkt positiven start aufwärts gelb und hart nach oben sonst wird er einfach hier unterhalb dann in die 13 960 13 990 rein das noch ausstehende ziel das gap hier wir sehen hier sehr schön per kerzenkörper wunderbar gehalten über ja sogar beide kerzen konnte gut verteidigen also hier auf der öffnung ist natürlich klar dass die mit dem kerzenschluss einhergeht aber das wirklich sehr punktgenau verteidigt worden hat unten ein bisschen überrissen dabei noch das xetra gap schließen können was hier ein bisschen tiefer lag knapp um die 13.900 rum hat eigentlich gepasst von da kam auch gut schub rein also wir hatten auch bei uns herumgeschickt dass da erste gegenwehr halt zu sehen ist und dass die durchaus dann bis 14 100 14 4 14 75 14 100 kann und dann eher vielleicht sogar auch noch durch in die 14 1 50 reinhalten um einfach die leute so ein bisschen zu verkack eiern mit mit letztendlich sogar fast noch potenzial auf 14 200 und das hat er dann komplett ausgenutzt halt na also der hatte wirklich die muss man so sagen der hat die komplette schwäche ausgekontert fast wie ein v also wenn man sagt das hier ist die bruchstelle gewesen ja war als die ausbruchstelle nach unten runter komplett wieder hoch bis auf start zurück und ja es ist eigentlich sehr positiv zu werden muss man schon sagen muss man jetzt aufpassen dass man ihm jetzt den die die armen bewegung nicht zu kritisch ans bein legt wenn der sich am mittwoch jetzt gut gehalten kriegt und ich sag mal den bereich um 13 69 weiter verteidigt bekommt und sich noch mal hoch dreht und es bei einem frühen morgentief vielleicht einfach belässt und sich zügig wieder über die 14 14 14 20 14 30 darüber schiebt glaube ich schon dass der wieder zurück an die 14 100 geht und dass er darüber dann auch anfängt wieder 14 200 14 270 14 300 einzugreifen dann wird wieder 14 3 40 14 360 ein thema aber ähm kriegen wir wahrscheinlich schon noch nicht haben noch nicht am mittwoch aber grundsätzlich sollte man schon noch ein bisschen aufpassen halt ne wir haben jetzt etwa ein 60 prozent retrace wenn wir jetzt hier ein retracement anlegen würden dann würde das auch bei kerzenkörper hier schön halten und dann da sollte man sehr aufpassen dass man dem hoch zu dass man da nicht zu kritisch ist also wir haben schon die ersten nachrichten gekriegt gestern also also jetzt am handelstag am dienstag früh haben auch viele zu uns gesagt ja ihr seid zu lang orientiert ihr seid oder was war ja mehr einer glaube ich der bei uns im chat geschrieben hat warum sagt ihr jetzt hier gegen wer und kann nach oben ihr seid so lang sagt doch short an und steht das ding wieder 300 punkte weiter oben wenn ich jetzt jetzt hier mag das sicherlich wieder für den einen oder anderen zu kriegen ja warum sagt er jetzt nach oben an hat halt einfach das potenzial und wir müssen darüber sprechen und ich weiß das versteht nicht immer jeder oder manchmal auch nicht verstehen aber wir müssen immer beidseitig analysieren wir müssen immer auf beiden seiten gucken was kann was könnte und was würde und was hätte und was würde und könnte und macht das ist wichtig das ist wichtig dass wir uns beide seiten analysieren wer das nicht versteht oder wer das nicht verstehen möchte deshalb dem kanal nicht richtig weil um die analyse für sich gut nutzen zu können muss ich mich darauf einlassen muss ich auch versuchen zu verstehen was will der eigentlich erzählen was der davon erzählt und wenn da 1500 leute am tag zu gucken dann scheint das auch zu funktionieren was derjenige erzählt sonst würden dass die leute nicht immer wieder gucken halt also sollte ich mich vielleicht selber wenn ich merke nähe irgendwie stehe ich auf dem schlauch oder für mich ist das alles nur bla bla was da kommt mal in sich gehen ob man sich vielleicht doch für öffnet für die bewegung und man sollte das öffnen man sollte sich wirklich für beide seiten öffnen damit man letztendlich gerade insbesondere in solchen tagen wie jetzt wo der tag gerne mal oben oben oder unten auch überrascht oder ziele auslässt zu schnell dreht das ist unheimlich wichtig neutral im kopf zu sein halten und steht man hier irgendwo die ganze zeit laugen trainer dann haut man sich bei 13.900 short rein und dann läuft der markt wieder komplett hoch auf 14.800 das ist dann dann ist man einfach emotional getrieben und dieses emotional getrieben sein dass das gift im trading halt na und deswegen einfach kalkulieren dass man muss das als business sehen und als business kann man sich nicht erlauben sich nur für eine seite zu entscheiden und festzulegen halt weil dann kriegst du oft in die andere seite in die fresse es kriegt keiner hin dass 100 prozent jeden tag richtig rum vorsagt wo geht es acht wo hin und manchmal der markt auch das gar nicht machen kann manchmal steigt er auch erst am vormittag und fällt dann am nachmittag und macht neues tagestief dann bin ich auch nicht glücklich wenn ich mich am morgen festlegen und am rein also grundsätzlich müssen uns auf beiden seiten öffnen wir haben jetzt hier eine chance oben raus zu gehen ich hätte sich ganz unerheblich ein aber müssen auch unten reden was passiert wenn der markt nicht bestätigt wenn er das nicht halten kann was passiert wenn der dachs jetzt hier per zwei stunden schluss unter der 13 69 versinkt dann geht er tiefer und das hat man zu akzeptieren auch wenn man long überzeugt ist oder wenn man aufwärts geht und das machen wir auch jeden tag wir gucken jeden tag oben oder unten wer der meinung ist dass wir vielleicht zu viel long oder zu viel short der muss halt wirklich auch aufpassen dass er nicht vielleicht irgendwo eine offene position drinnen liegen hat die dann so das ist so ich bin gerade damit beschäftigt efeu von einem haus abzumachen ich weiß nicht ob jemand schon mal efeu versucht hat von einem haus abzumachen aber das ist unheimlich krass wie sich diese efeu in diese fassade rein frisst und mit seinen wurzeln die ziegelsteine das mauerwerk der mauer richtig kaputt macht mit der frisst sich richtig in den stein rein und du kannst dann quasi die steine heraus bröckeln wenn du die wurzeln raus siehst kommt ihr der ganze ziegel raus in die hand und so ist es mit einer offenen position wenn ich hier irgendwo natürlich schon long drin habe bei 14.650 und ich höre mir danach eine analyse an und mein long der ist schon fünf tage 400 punkte minus dann höre ich in der analyse nur long 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 auch wenn derjenige den ganzen tag von long und short und long und short und long und short erzählt weil der kopf versucht für die für die position zu denken das ist einfach so das ist auch der hauptgrund warum ich sage niemand hat am abend noch offene short post oder und nicht auf die short position vorsicht ich meine was anderes niemand hat am abend offene verlust position mitzunehmen das muss man nicht machen tut euch das nicht an das macht das macht unheimlich viel mit dem kopf weil man dann auch natürlich die ganze zeit wenn ich hier long die ganze zeit noch drin bin dann sucht man auch immer wieder nur long na und dann kann man dem analysten vorwerfen hey der hat der nur long 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 angesagt wegen dem habe ich jetzt die ganze zeit verloren aber am ende habe ich eigentlich nur verloren weil ich zu blöd war oder zu faul oder einfach nicht über die reihe gekriegt habe meine verlust position rechtzeitig zu kappen und das ist der fehlerpunkt das ist der fehlerpunkt und wenn man sich dann im neutralen zustand ohne position drinnen noch mal so eine analyse anhört dann hört man plötzlich so sachen ja flacke kann er auch nach unten lösen wenn er nach unten löst schaffte 13 9 60 hey das war ja eigentlich auch eine schöne strecke hätte man ja vielleicht auch mit short begleiten können und so weiter und so fort dann hört man dass das hört man aber auch wirklich nur wenn man neutral ist und sich auf die situation einlässt ja so und hier ist jetzt der knackpunkt geht der markt am mittwoch unter der 19 13 9 60 und raus muss er nicht aber kann er durchaus bis 13 57 13.700 noch absinken das kann er und das wird wahrscheinlich dann auch tun ja das heißt dann im zweifel selbst wenn ich hier motiviert war long zu suchen meinung anpassen meinung ändern und und brauchst noch die punkte mitzunehmen wir können uns das nicht schlau erlauben jeden tag hier festzusitzen ja das kann ich machen wenn ich ein swing trade ob ich ne und ich sage okay ich habe meine position die firmen 400 500 600 punkte zu flossen ist jetzt ein paar wochen aus aber ich glaube dann ist auch nicht die analyse hier unbedingt das beste was man sich dann reinziehen kann weil wir ja schon jeden tag auch unsere meinung vom vortag überzeugen und wenn ich jetzt auf basis der meinung vom vortag ein trade gemacht ob der jetzt mehrere wochen gehen soll es ist natürlich gefährlich wenn am nächsten tag eine analyse kommt die den vorherigen tag eigentlich verwirft und das muss ich aber auch wenn ich für den tag handeln wenn ich im tag handeln will muss ich jeden tag die analyse quasi überarbeiten ich muss mich einfach auf den neuen tag ich ich kann es mir nicht erlaubten darauf zu bestehen was ich am letzten tag gefordert habe und jetzt von dem markt verlangen er muss das jetzt auch machen weil er muss das nicht machen das ist scheißegal der kann machen was er will sondern ich muss mich jetzt am nächsten tag einfach nach dem richten was kommt ja so und das heißt unter 13 69 risiko nach unten haben aber stand jetzt von der bewegung auch durchaus potenzial nach oben noch mal zu versuchen hier ein zweites standbein aus dem ersten zu strecken na das sollte man entschuldigung da sollte man zur kenntnis nehmen und auch beachten und dann wäre wirklich mein ziel 200 bis 270 das wäre so zielbereich den ich sehen würde wenn unser dachs hier ein bisschen noch aufgetreten sich kriegt und die 13 69 14 tausend jetzt hier verteidigen kann ja aber drunter da muss ich keine langs haben wenn er sich dann von hier unten aus konnte dann steht plötzlich wieder bei 14 tausend ist das was anderes ja aber ich muss hier unten das ist mir zu viel risiko da würde ich den eher in die 7 50 rein rennen sehen und wie gesagt wir haben unten auch noch ein anderes gap bei 45 der kann dann unten raus immer schneller werden ja gut okay also an der stelle einfach noch mal ein bisschen wissen auch was wir erzählen weil wie gesagt gab es doch die ein oder andere wie soll ich sagen man hat erkannt dass der ein oder andere doch nicht so richtig versteht was wir tun das dachte ich mir ich versuch's mal noch ein paar worte mehr dann können wir morgen dann wieder weglassen dann wird das video wieder kürzer gut fertig aus ich mache zu wünsche euch was viel erfolg wir uns morgen wieder bis dahin tschüss jetzt COVID-19 die vielleicht wir müssen頓igen jetzt